Hallöchen. Ich glaube, die Mauer muss weg. Die Mauer muss immer weg. Bis sie wieder hin muss. Tötet die Mauer. Die Mauer muss weg, damit sie wieder hin muss. Nee, das ist eigentlich... Hops! Ich war fast drüben. Geil. Da kann man auch rüberspringen, theoretisch. Theoretisch kommt man da auch rüber. So, warte. Also in der Theorie ist das eine gute Idee, aber ich glaube Praxis. In der Praxis funktioniert das nicht so. Ja, das wird nichts. Da komme ich nicht so leicht drüber. Andere Richtung. Macht die Mauer weg. Oh. Einfach alle dagegen springen. Errungenschaft freigeschaltet Abenteurer. Ich bin jetzt ein wahrer Abenteurer. Na, kommt. Das knackt nur. Das knackt nur. Ja, das wird so nichts. Das knackt nur. Ich glaube, das Brett muss hier runter, das. Das kleine. Ich habe es versucht, aber es funktioniert irgendwie nicht. Andere Richtung. So, hier. So, 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 so. So, hier. Das hier. Dann auch drunter klemmen. Das schwingen hat es gebracht. Das war nicht das schwingen. Das war bestimmt mein Brettchen. Mein kleines Zwischenbrettchen. Das Brett unten drunterschieben und hochstemmen war das Ganze. Aha. Wir sind jetzt, glaube ich, hier in so einer Human Fall Flats schon beim HBSQ damals geguckt. Aha. Wir sind jetzt, glaube ich, in so einer Tinker. Dazu noch kein... So, keine Ahnung. Ist das in die Holzdinger hier? Tinker oder Maya? Das ist ein Maya, Tinker, die Jungs. Tinker ist kein einziges dieser Völker. Soweit ich weiß nicht. Das Boot ist mir einfach gerade eingefallen. Tinker. Tinker. Ein Tinker durch. Tinker bloß mit Tinte. Die Tinker. Die Tinker Tinte. So, und... Nein. Das muss noch ein bisschen tiefer rein. Den Stock tiefer in das Loch stecken. Ich bin richtig tief rein. Du musst das... Das Loch... Du musst den Stock tief ins Loch stecken. Genau so. Du musst ins Loch... Öffnet das Tor. Mordi, du hältst mich fest. Kann man nicht theoretisch auch hier durchklettern? Ja, ich passe nicht durch. Komm mal rein theoretisch, könnte es möglich sein. Es könnte möglich sein. Er ist durchgeglitscht. Er ist durchgeglitscht. Es funktioniert immer. Es ist wie mein Kopf. Der Kopf durch geht, der Rest auch. Ja. Ich bring mich um. Man kann durch die Tür mittlerweile durchlaufen. Oh, ja. Gut. Ich hab nicht in den Checkball geglitscht. Oh, Käfige. Was soll ich sein, ist denn geglitscht? Prof, du kommst jetzt in den Käfig. Ich streame das schon an einem Käfig, was? Nee. Nee, dann werde ich in der Verbindung besser. Hallo. 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 Keine Ahnung. Ihre Sorge verstehe ich jetzt aber auch nicht. Einfach aus Prinzip. Außerdem habe ich 150 Mbit, also das sollte jetzt nicht das Problem sein. Ja, ich auch, aber mir bricht der Luther andauernd am Tag ab. Ich komme hier nicht hoch. Hab noch nie Probleme gehabt. Ein Hoch auf Unity Media. Ich bin bei Vodafone. Ich glaube, wir müssen da drauf. Nein, ich glaube, wir müssen die Kiste. Nein, ich bin hier gefangen. Na, komm so. Nein. Ich falle. Ich falle. Ich glitsche mal an diese Ecke zurück. Ich bin in diese Ecke geglitscht. habs und hoch hier und nun mutig recht du musst dich mal auf die andere seite stellen da kannst du mich hier hochziehen und die eine figur ist so schwer wie der andere das wird nichts bringen wir bräuchten vielleicht noch jemanden der in den anderen käfig hier das klappt doch und jetzt kommst du in die kiste nö das wird glaube ich nichts kannst du vielleicht außen hochklettern da kommt man nicht ran ich versuche mal außen hoch zu klettern ja nee das wird nichts außen hochklettern ist jetzt nicht so die Option ne das sieht nicht gut aus aha hoff was ist aha ganz sicher dass außen herumklettern nicht die hilfe ist ganz sicher ich habe da noch kein save point aktiviert warum habe ich es dann geschafft weil du es geübt hast ich guck jetzt gerade von der ökonomie ziemlich ja ich glaube wir müssen die kiste hier irgendwie mit dem mit dem käfig fahrstuhl oder geht das dann macht das mal kann mal zwei in den käfig hier gehen vielleicht mache ich ich bin schon da kann die kiste da packen wir die kiste hier einfach mal rein wo die dann haben die kiste rein und gehen raus gehen dann da oben ich habe es lange weile versucht auf einen turm zu klettern vielleicht sind wir leicht vielleicht sind wir schwerer als die kiste äh modi lass mich los ja entschuldigung ich wollte nur deine hand halten ach wie romantisch ich werde jetzt nicht gerade in die lava hüpfen sollte das nicht passieren so modi kommet rein nein nein es geht es geht langsamer aber es geht hol die kiste raus modi hol die kiste gleich raus ist die kiste schon oben die kiste ist schon oben dann holt sie mal raus ok was passiert jetzt hier käfig wieder runter auf der anderen seite dass man es aufs dach stellen kann ja genau bring die kiste auf den käfig ist schon unten ich komme jetzt in die andere seite vom käfig ich komme ich komme leuchtet meine wife kuh äh zippe ist der etwa an? nö na komm irgendwer muss doch auf den käfig hier ich machs ich komme ich komme ich komme jump 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 ich jump hier hin wo ist der prof eigentlich vor hinten der rum ich gucke die ganze zeit von der anderen seite zu weil ich mich ne Wand hochgeschaukelt habe aha ich hoffe da einfach mal was nicht sagen na dann für spaß nö sprich bringt das jetzt was ah ok das bringt was so ninn lern rüber mit der box ninn lern es geht noch höher es geht noch höher ähm äh was habt ihr damit vor ähm und nu und die kiste ist unten jep ah und hoch hoch such mich 2 mal roh lam hm hm Ich gerad hier zwischen die Brücke Hallo Wasser, tschüss Wasser, tschüss Mapps Ich bin gefallen Moin Leute Ich bin die Treppe runtergepurzelt Ich versuch mal was Wahrscheinlich schon Müsst du deine Stange irgendwo unterklemmen oder sowas? Das hatte ich auch schon gedacht, aber ich versteh nicht, worum der Weg weiter geht Aaaaah, verdammt Ich bin fast drüben Na komm, na, das hab, äh Gut, hier komm ich nicht hochgeschaufelt Steck mal einer in die Stange vorne dazwischen Bin ich dabei? Ich war fast drüben, ich war schon fast auf der anderen Winze Hätten wir vielleicht Checkpoint gehabt Ich poste Ich stehe übrigens auch ein Bein hier Aha Warte mal, was passiert, wenn ich das Ding einfach nur festhalte? Jetzt, jemand versucht, Reverse lauf Hops Es geht auch Nee Das geht Wow Modi 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 Modi, ich komm nicht ganz rüber Modi Dann lass dich einfach fallen Äh Oh mein Gott Komm, hilf mir, komm hilf, hilf Warte, was war das gerade? Bin gerade auf mein Wunternein rumgerutscht mit beiden Traben in der Luft Ach, Mensch, komm, nimm den netz, hihihi Hey! Ich mach von uns Ich mach von uns Oh nein, er tut Dinge Er tut's Dinge Er tut's Dinge Das darf er doch nicht Das kann er doch nicht machen Warte, einer muss auf die andere Seite Als Gegengewicht Ich glaube, ihr könnt einfach rüberfahren mit dem Ding hier Mit welchem? Wo, was, wie, wann? Mit dem, woran ich hier gerade schwinge, auf der anderen Seite ist es praktisch so eine Art Nein, nein Nein, 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 fach da komisch Was, wie, so, mit irgend jemanden hinten reinzuspringen, am Endeとか Der primitive schon mal nicht weiter momentos Hup Oh Jetzt, ... кто-p, кто-p, кто-pa-chse-ta-ta-tter Зна Verdammts Ah Da bin ich runtergefallen Hey Modi zack ich hoffe meine aufnahme läuft noch das wäre ein bisschen schade so hier drüben bin ich und das war nix ich glaube du musst die käfig mal hier rüber schicken ja mit spiel modi kannst du die kiste mal hier einmal rumschieben kann man hier vielleicht ist die kiste wieder sinnlos und wir müssen einfach nur hier rein das könnte auch sein wir müssen einfach nur hier oben moin modi ich komm zu dir hallöchen haben wir das level gleich geschafft oder was ich glaube sicher ganz sicher sehr sehr sicher ach das ist die passage mit dem felsen wir brauchen die kiste hier irgendwo für oder auch mal die kiste brauchen wir die kiste oder können wir wegschmeißen wo die brauchen die kiste glaube ich nicht okay dann schmeiß ich sie weg nein der fels will flüchten er suche ihn festzuhalten aber er weigert sich dann halt ihn fest dann dass sie nicht dienen elender halunke also ich möchte das hier verdammt das wollen wir nix fallen die lava ich trinke in der lava war gerade festgeglitscht hallo 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 hier aufschlägt super super und hier steht im weg ich betriebe ich muss auf das fels auf die fels muss hierhin leute der fels muss hierhin wo ich gerade bin damit wir da drauf springen können der fels muss da erstmal der fels muss erstmal auf die auf die auf die beiden balken drauf und dann wird er da hingestellt ja ich guck gerade ob einer vielleicht drei balken müssen nach unten hoff das andere auch noch ich habe nur einen körper ich stehe dann schon mal hier gleich kommt noch der zweite ich glaube der reicht nicht ich glaube der reicht nicht haben wir immer noch eine zweite kiste ja nicht ich glaube wir brauchen wir brauchen noch den zweiten ich brauche noch das zweite balken du balk du balken was für ein schlechter wortwitz wortwitz den suche ich auch noch saving aber wir müssen jetzt hier lang oder oder nicht Leute wo seid ihr denn jetzt hin ich weiß nicht wo du bist wir müssen noch jetzt auf diese auf diese kiste auf den auf den stein drauf ja ach wir müssen die andere kiste holen wir spawnen sie bei euch jetzt oder was ja wir müssen jetzt nur das brett als weg hier rüber stellen und dann ich komm rüber zu euch ich komm rüber die kiste brauchen wir oder was ja wir müssen den feld an kann man nicht kann ich einer einfach mal hier festhalten oder ne das bringt nichts na kommt ist das brett schon komplett drüben nein ist es nicht noch nicht mal ansatzweise du müsstest noch drehen schnell das bitte raus zwerg so jetzt 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 ja es leeebt hopps ok so jetzt die kiste da drüber stellen da drunter stellen ja drunter nicht drüber hopp 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 hopps hopp 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 da kommt er und jetzt drauf drauf und festhalten und festhalten und festhalten ich halte mich zumindest dann etwas fest das bin ich ich glaube das bin ich wir blockieren den felsen wir müssen da wo der felsen jetzt ist müssen rechts abbiegen wir müssen auf dem felsen bleiben okay ich weiß und das machen wir jetzt versucht den felsen nicht mehr zu blockieren wir geben unser bestes festhalten festhalten oh nein ich bin wieder dran wir müssen früher weg oder was ich glaube wir müssen einfach drauf stehen bleiben ja das wäre vielleicht eine gute idee hier könnten wir auch dran hätten auch dran gekonnt ganz am ende hast du das gesehen modi jetzt auch dran gekonnt ich weiß aber unten gibt es auch noch eine möglichkeit dass wir noch zu weit holt ist dadurch auch noch meine option und da kommt der stein ich hab's ich hab's ich bin drüben fast 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 drüben ich hänge ich hänge ich hänge und noch eine umrollung fast fast drüben ich war fast drüben aber fast heißt eben nicht geht das level dann noch lange weiter oder ist das jetzt hier schon ich weiß es nicht wird end auf level das geht noch weiter das sind noch mal so drei bis vier passen ach du schon mal so weit ist noch richtig im kopf habe also lange könnte ich jetzt nicht mitmachen ich will es noch zu ende machen aber irgendwann ja irgendwann will ich das auch beendet haben was den felsenkipp ist geben ich war auch schon fast drüben fast aber wie gesagt fast heißt leider eben nicht ich halte mich am prof fest ich stehe wohl einfach aufs hintern und hat das ist doch sehr weit vorbei sehr weit vorbei ich hab's fast okay dann mach mal ich bin dabei ist zu versuchen solange du es nur versuchst kann das klappen hör auf es zu versuchen wieder unterspringen hör auf es zu versuchen mach es mach es einfach und sehr knapp ich war schon fast da mutter hat es nicht geschafft natürlich nicht war viel zu weit rechts also und im spiel auch bist du nicht eher viel zu weit links also das wäre mir neu aha die modi der rechte hier ich bin drüben ich bin drüben ich bin drüben Leute ich bin drüben geh mal weiter geh weiter ich hab'n checkpoint ich hab'n checkpoint ich hab'n checkpoint ich hab'n checkpoint jahuuu ich seh' nur alle mal hin und jetzt komm'n hier weiter jetzt geht's hier weiter mit dem nächsten rätsel das nächste rätsel und nu ach so da müssen wir einfach nur rüber oder wir mussten hier bisher immer nur einfach nur rüber das war das funktioniert dieses spiel wir müssen da halt einfach nur rüber einfach nur rüber manchmal muss man einfach nur durch manchmal muss man auch durch nur die Haken kommen in den Garten und mit meinem Parteiausweis komm'n ich ja überall durch steht auf meinem Parteiausweis auf meinem Parteiausweis steht drauf mit diesem Ausweis kommt man überall durch ja das hilft glaub' ich an Human-Fall vielleicht eher wenig ja das steht da wirklich ich hab's noch nie eingesetzt aber halt theoretisch könnte man das mal einsetzen da kommt man vielleicht auch mal irgendwo durch ich weiß mal nachts einfach so nachts in den Club gehen ich bin Mitglied von der Partei ich darf hier durch steht auf meinem Ausweis in den Ländern ich glaub' der Stab muss da irgendwie mal bitte drauf ich glaub' man darüber wandern kann hm modi versucht da wieder rüber zu klettern nein was machst du da was passiert hier grade also hier läuft's besser mit dem Klettern als an der Wand eben meinst du ach nein nein dann versucht das hier als Stäbchen als Ding jetzt als rüberlauf Ding zu machen ich glaub' das wird nix nein 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 wir haben den Nilayn verloren passiert und mich mich haben wir auch verloren ja dich haben wir schon lang verloren ich hab's fest wie ich komme zu euch was müssen wir hier wo machen meine Nase koks und los geht ich glaub wir müssen auf die Wippe ja das ist die Kiste auf die Wippe ja das ist die Kiste auf die Wippe das sind nicht drei bis vier Puzzle es sind nochmal fünf bis sechs Puzzle oh das ist blöd oh ah genau nilayn steht die Kiste dort drauf die ganze Hämmer habe ich schon wieder komplett vergessen die Kiste muss hier vorne rauf die Kiste muss da drauf ich glaub die muss auf die andere Seite nilayn die Kiste muss weg die Kiste muss weg nilayn hier die Kiste drauf hier warum da weil man da drauf fällt nilayn komm mal her komm hier gib her das ist sowieso die Richtung in die wir müssen sicher es gab es gab die Möglichkeit noch rechts weiter zu gehen ja da rechts kommen wir auch später hin sicher warum schieben wir es doch nicht jetzt rechts rüber das muss dann schwann wir uns die Hämmer oder gib das muss nicht hier auf die Seite her doch 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 warte was warte 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 kurz damit die Wippe oben hängt und hopps wenn wir wieder den Trick aus dem Burglevel machen das müsste jetzt klappern wenn sich einer hier finde hier einer darauf landest dann kann man hier rüber und sich einer hier auf die wippe stellt und der andere sich umbringt können wir uns hier hochschießen lassen das will ich sehen da kommen geht's das macht nicht mehr das wird nichts theoretisch könnte das geklappt haben aber die rutschen das klappen aber ja gut wir müssen doch zu großen starten rüber oder welches zu großen starten wäre das die richtige richtung zu den hämmern wenn es richtig im kopf war wir machen einfach den skip den wir beim burg level schon mal gemacht haben und dann geht das ok zwei stellen sich jetzt auf die wippe und einer geht rüber würde ich sagen das komme ich mit der krisse und stell dir okay was jetzt okay und jetzt hier das war wohl nix leute da muss auch was hinten drauf stehen einer geht rüber und versucht zu springen ich gehe drüber er kommt so und rüber damit klingt nach ne idee ich habe nämlich absolut keine lust auf diese scheiße ich auch nicht jedes mal segeln ich definitiv auch nicht halten hinten fest einer springt rüber auf geht's wer geht deine heilige pflicht gewonnen ich bin drüben ich hab'n check point was ne ich rassier mich nicht ich rassier niemanden da werde ich ja ganz stutzig auf gott war der schlecht ja moment was müssen wir jetzt genau hier machen wir müssen wahrscheinlich irgendwie rüber kommen ich glaube da muss jemand auf den aufzug drauf der aufzug muss weg oder was ja genau ich muss die kiste holen ich muss die kiste holen ich muss mich in den kisten bringen ich glaube wir müssen noch ein bisschen weiter ziehen das muss noch ein bisschen mehr ran das klappt nicht das ist weit weg das schaffe ich nicht das wird nichts ich habe ein problem sexuelle belastigung hier im mund vor fleck ja menschen fallen auf den fleck ich bin runtergefallen von der plattform während ich am kran hingen also aktuell komme ich nicht an kran ran vielleicht noch mal runter gehen ja keine panik ich gebe sowieso gerade das level fast schon wieder ja natürlich ich bin hier einfach nur es wird hier einfach alles geskippt ja es ist ein halber speedrun einfach speedrun für mein verfletzt speedrun und spring ja ich hab's und die kiste was mache ich jetzt mit der ich habe keine ahnung ich werfe es mal runter ich hole die kiste runter ich habe die kiste leute kiste leute kiste kiste leute und was machen wir jetzt mit der kiste ich habe keine ahnung wahrscheinlich dahin wo wir zur anderen kiste vielleicht müssen oder nicht macht es auf den auf den wagen genau benutze als sprunggrätt vielleicht ich weiß nicht was er meint ich weiß nicht was er meint machte auf das gewicht teil auf das ding wird auf das gewicht da hoch hier oder was da muss noch ein bisschen weiter mit runter gehen nie nein das musste ein bisschen weiter runter machen ich krieg das da nicht hoch ich musste was riskieren das moos hat mich blockiert so drauf da ist das fast so als hätten die den level so direkt dass man ihn nicht gibt also höher kriege ich es nicht du musst dir mit der waage noch ein bisschen tiefer gehen na komm ich hab's fast drauf ja gehen tut's schon aber das wird nix das wird nix das wird nix oder spring drauf und zieh es dann hinter dir her äh prof das wird nicht wirklich was es ist irgendwie das irgendwie noch tiefer nein kannst du mal loslassen lass mal los nee dann kannst du das nicht loslassen das ist doch ganz unten oder das müsste doch gehen nee wenn ich loslasse dann da unten so hm es geht nicht hoch es sei denn einer steht schon drauf dann geht das vielleicht nicht mehr hm das ist blöd ah ich falle modi was ist mit dir bist noch da ich bin hochkonzentriert er schwingt sein ding so wo müssen wir denn wo müssen wir denn eigentlich hin müssen wir in die richtung oder ein bisschen zu müssen wir zu großen statue oder müssen wir woanders hin das hat funktioniert ich hab die zweite kiste na super was hast du gemacht ich hab mit dem stab einfach die kiste oben runter geprügelt und was machen wir jetzt mit den kisten und was machen wir jetzt mit den kisten und nun was machen wir mit den kisten schon fast und ich hab's sehr gut modi modi und das nächste schwingen es läuft's das hier ist jetzt nicht so komplex denke ich wenn wir uns darauf konzentrieren einen rüber zu kriegen dann geht das level hier denke ich klar ich glaube ich kann ja hinterher hüpfen das ist ja kein problem den hüpfen dann einfach in den abgrund oder so was vielleicht hier wo ist eigentlich das ende des levels weiß das jemand ich glaube da oben bei der stadt da oben glaubst du das oder weißt du das also ich glaube nur du glaubst was ja ich glaube daran dass das level auch gehört in die kirche ich habe hier ein stäbchen leute ich habe hier ein stäbchen dann stäbel mal das ding einfach runter vielleicht funktioniert das ja wie soll ich das machen ja drauf drücken so geht doch warte nein 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 das entgegen der ist irgendwie nimm fass an für mehr rotation in ihrem leben jetzt im kühlregal ja genau so jetzt müssen wir die brücke irgendwie runter kriegen das könnte klappen so könnte das funktionieren Leute wer muss die Brücke loslassen lasst die Brücke los oder so ich versuche einfach zu schwingen haha das funktioniert haha haha oh saving ne das mache ich jetzt noch weiter wie weit kann ich dann nö checkpoints das ist mir scheißegal ich will wissen wie weit ich damit schwingen kann dann mach du mal hier ist der nächste hier ist der nächste hier ist der nächste checkpoints hier ist der nächste rätsel mhm die rätsel müssen weg ah wir müssen nur das ding aufmachen alles muss weg was müssen wir machen wir müssen nur ein steintor aufmachen wir bräuchten vielleicht zwei leute die sich hängen und einer der ich hänge es geht sogar so ach ich erhänge mich doch gerne was oh Moment du stehst drauf gut und was bringt das jetzt dass ich wieder das nein du zerquetscht haha hilfe hilfe ja ich bin auch drunter sehr gut ok ich bin durch und ich denke wir können das level jetzt beenden jo denkst du das ich geh davon aus ja hilfe das ende das ende juhu so und das machen wir bei den nächsten parts das machen wir bei den nächsten aufnahmen oh das spucklevel das ist ziemlich cool ich bin damit raus das hier ja ich glaube ich glaube ich sollte euch gefallen haben schaut bei den anderen vorbei ich bin raus tschau tschau bis dann bis dann nach bis dann Bis zum nächsten Mal.